Aber nicht, dass der sich aus dem Staub macht und uns vorne dann abfangen möchte. Was ist denn das? Ich habe doch auf das Togtec geguckt. Ich habe doch einen erschossen. Okay, das würde ja passen hier. Wählst du alles, so wie es ist, ja? Rucksack und alles. Cool, danke. Wollen wir dann rüber? Dann können wir doch gleich hier zu diesem Lighthouse rüber gehen. Das ist doof. So, wartet, ich will schnell vorstopfen. Das soll man auch nachstacken, ne? Danke für die Waffe. Das ist wirklich eine geile Waffe, Mann. Die muss ich mal rauskriegen, dann muss ich die mal abspeichern. Das Problem ist, wenn du die jetzt verlierst, dann kriegst du die auch nicht wieder, weil ich habe sie nicht versichert. Wir verlieren die nicht, das darf nicht sein. Also wir wollen jetzt rüber zum Lighthouse, ja? Ja, ich habe... Oh, mein erstes Mal. Achso, warte mal, Thomas, hast du den Schlüssel mit? Haben wir jetzt völlig vergessen. Hast du mit? Ne, ne, habe ich. Ah, cool, cool. Hat nichts. Okay. Na ja, dann lasst uns hin. Wer ist in die Hütte reingestolpert? Ich bin vorne. Ich bin hier in der Holzhütte. Ich bin auf der Landzunge am LKW. Erster LKW. Ich dachte, drinnen rennt einer rum in der Bude. War Thomas gerade oder nicht? Ne, ich bin jetzt schon lange weg. Ich bin hier auf der anderen Seite schon. Ich bin schon bei einer auf der Landzunge. Alter, da war ja jemand drin in der Hütte oder nicht? Ich weiß es nicht. Hast du auch die Steps gehört? Aber hundertprozentig, Matze. Ich dachte, Thomas ist da drin. Ne. Na denn. Zurück, dann noch mal ran oder was? Wer leuchtet mit der Taschenlampe? Wir. Soll ich da mal eine Nate reinwerfen? Hast du eine? Ich habe zwei. Feuer frei. Ich hoffe, ich treffe auch. Oh, die saß aber voll. Macht gut. Außer er ist im hinteren Raum. Aber hier hat doch jemand da die Daffelback gelootet, oder? Weiß ich nicht. Also ich sehe nichts. Hier geht es rein. Nein, das ist hier. Ne? Aber irgendeiner hat doch hier den Daffelback gelootet. Ne. Ich habe doch hier jemanden wie ein Blödmann drin rumrammeln hören. Genau so. Ich auch. Ja, richtig doll. Und das kannst du doch nicht. Ja, komm. Weiter. Wir kommen jetzt nach zur Landbrücke. Ja, ich habe euch die ganze Zeit löscht. Oh, ich höre auf jeden Fall. Hochs? Ne. Aber ich habe eine Wehung gehört. Wir wissen auch nicht, dass die uns aus dem Fenster schießen können. Bist du schon drin? Nein, ich bin hinten und ich springe hinten rum. Komm außen rum. Ah, du springst da. Ah. Hey, habt ihr geschossen? Ne. Nein, 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 nein. Bist du tot? Da ist einer in jedem Fall drin. Hinter am Zelt, oder? Ich bin tot. Ja, einer ist drin. Und einer ist auf der rechten Seite außen. Oder linke Seite außen. Na ja, ich habe dich noch gesehen, wie du am Zelt gefeiert hast. Olli, läufst du? Nein, nein, nein. Ich bin hier, da wo Thomas gestorben ist. Bloß hinter dem Links. Um die Ecke. Einer ist hier auf jeden Fall im Haus drin, richtig laut. Thomas, kann man, wenn du rüberhersprungen musst, über den Zaun, kommt man ja noch wieder zurück. Nein, nein, nein. Gut. Ich klippe schnell voll, dann muss ich mich zusammenstecken. Granate, Granate auf mich. Wo bist du? Ich bin ganz hinten, die Straße hintergerannt. Das Problem ist, ich habe den Schlüssel nicht, ne? Nee. Bist du rumgelaufen, Olli? Nein, nein, nein. Ich gucke immer noch an den Tonnen. Die haben wir gerade Blendgranate. Da kommen Granate wieder zu mir. Die werden gleich pushen da von dir. Ich habe auch keinen getötet. Also wir können das jetzt hier aussetzen, Matze. Pass bloß an den Fenstern auf. Aber die haben die Granate von deiner Seite geschmissen. Über deinen Kopf quasi rüber Richtung zu mir. Mhm. Leider habe ich keine Granaten mehr. Ja, ich habe noch welche bei mir. Aber in der Leiche, aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Nee. Putz-Situation. Die kommen nicht raus. Wir kommen nicht rein, aber wir können auch nicht weg, ne? Nee. Ich müsste mich mal zusammenflicken. Thomas, siehst du, Matze ist ein Stream, ja, ja. Kleinen Moment. Ich muss erst mal rein. Die springen hier hinten, oder? Er ist nämlich jetzt auf der rechten Seite vom Eingangsbereich sozusagen. Am Zaun. Da kann man auch nicht zurückspringen, ne? Nee, da kommt es nicht rüber. Er könnte rüber springen. Bei der blauen Tom. So, Thomas, ich komme vor, ich komme vor. Ah, bist du, bist du? Ja, ja, alles klar. Die sind draußen, wir müssen rein. Wo bist du? Links, links. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig blockieren. Ja, ich bin weit hinter dir. So, hier war ich noch gar nicht so, ne? Ich weiß nicht, ob ich den einen in den Schädel geschossen habe. Das sah gut aus. Ja, du weißt es nicht. Nee, ist richtig. Ich kann verdrinken, ja, Adrenalin drücken, oder? Oder Propi? Das macht mir mehr Sinn. Propital. Propital, wenn du hast. Na dann, komm. Prost. Ich gehe hier mal die Treppe hoch. Ich leuchte von unten mal in die Zimmer rein. Ja, hier ist bloß ein Raum. Hier. Ah, hier ist noch was. Was meine ich hier? Diese scheiß großen verschachtelten Räume. Bist du oben? Ich bin oben, ich bin oben. Hier ist auch alles clear soweit. Ich komme jetzt die Treppe hoch. Aber hier hat er schon alles durchgenudelt. Ich bin hier oben, Treppe. Wie gesagt, hier geht noch ein bisschen weiter. Wo bist du? Hier unten. Müssen wir aufpassen, nicht, dass er doch noch draußen ist. Ah, siehst du ja, kannst du doch reinkommen und kannst... Also hier ist... Oben ist clear. Okay, dann... Kann... Du kannst mal rein, wenn du willst. Eventuell nur noch unten sein. Na, oder er ist ganz nach oben oben. Wo kommst du jetzt, ja? Ne, ich bin unten. Ich stapfe unter dir rum. Ich hätte schwören können, dass ich... Hm. Ich komme runter. Was? Geht's dir noch eine Etage tiefer sonst, oder? Laufst du? Ja. Gut, also... Ich komm, ich bin unten. Okay, das bin ich. Ja, ja. Hier hast du alles durchgenudelt, ja? Ne, ich hab noch nicht gelootet. Ne, ich mein aber... Hast du ja mal abgecheckt alles. Ja. Ja, sonst nochmal nach oben gucken, oder? Oder gucken, dass wir Thomas erstmal die Safe kriegen. Mir ist nicht so wichtig. Also der ist auf jeden Fall definitiv noch da, er ist nicht abgehauen. Ja, ja. Wir könnten ein Problem haben, dass er von oben runter snipet, vom Berg. Ja, oder von der Kuppel. Ja. Und ich denke nicht, dass der weg ist. Ne, ne, weg wird er definitiv nicht sein. Ja. Es kann aber sein, dass er ja links und rechts irgendwo sitzt. Ja. Ja. War das... Hier hab ich vorhin einen durchs Fenster beschossen. Ich weiß nicht, ob... Ja, der ist tot. Er liegt hinter Pfeil. Ja, hier. Hier liegt er. Okay. Alles klar. Ja. Ja. Hier geht's in der Treppe noch hoch? Ja, ja. Irgendwie muss er da. Ja, da würde ich jetzt aufpassen bei der Treppe. Wo geht die Treppe hoch? Okay, hier ist... Ah, hier ist noch ein Zimmer. Hier liegt auch einer tot. Nein. Ich komm wieder runter. Du bist schon unten, ja. Ne, ich komm wieder runter. Ja, ja. Achso. Das ist auch eine Standardleitung. Alles klar. Dein Rucksack? Ne. Hier liegen noch Rucksäcke und Leichen. Wo bist du? Du bist nach oben, ja? Oh, den hab ich erschossen. Ich bin unten. Ich bin noch an dir vorbeigelaufen. Ach, hier. Alles da. Ja, weil ich gerade noch am Looten war da. Willst du... Willst du die SKS mitnehmen? Naja. Würde lieber erstmal den Beu irgendwie kriegen, ne? Ja. Warte mal. Hier liegt ein Rucksack. Das doofe ist, wenn wir uns jetzt vom Acker machen, nicht dass der uns in den Rücken schießt. Naja. Wollen wir erstmal eh mal hier hinter gucken, denn das war vielleicht Thomas noch irgendwie. Bekommt ein Lied, knifft der ja hier. Keine Ahnung. Die lag hier, als ich gerade kam. Na gut, dann nehme ich nochmal ein bisschen Pan-Killer. Sieht so aus, als ob die die Rogues getötet hätten. Aber ist auch krass, die Schlüssel hätten wieder aufhören müssen, ja? Ja. Eigentlich schon. Aber gut, wir waren auch lange hinten noch. Genau. Am Felsen haben wir noch den Sniper gesucht. So, wie laufen wir jetzt hoch? Hier, hier, links erstmal rum hier. Hier muss Thomas irgendwo liegen. Ja. Ne, ich lieg noch weiter hinten. Ne, ne, ich hab dich. Ich hab dich. Wer liegt hier drin? Das ist Thomas. Ja, schmeiß einfach nur in den Busch. Das ist scheinlich ein Rogue zu sagen. Ja, ein Rogue. Ja, ja. Ja, das sag ich ja. Die haben die Rogues erlebt. Und könnt ihr trotzdem hochgehen? Wenn ihr Zeit habt, vielleicht haben die die Quest auch gemacht. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das bietet sich an. Außer, ja, dieser Typ, Mann. Da muss ja hier irgendwo noch sein. Oder hat sich aus dem Stolten. Ja. Du bist hier oben, ja. Bin dann links rum, Olli. Jawoll. Bin hinter dir. Okay. Nee, die Tür ist zu. Wir sind nicht aufgemacht. Schade. Mhm. War das hier noch? Treppe hoch, Treppe runter? Wo die Zeit? Keine Ahnung. War ich noch nie drin. Schauen wir mal. Ist das hier auch ne Standardleiche? Ist das hier auch ne Standardleiche? Aber nicht, dass der sich aus dem Staub macht und uns vorne dann abfangen möchte. Ey, ich glaube, wenn der sich aus dem Staub macht, der sich aus dem Staub, der ist glaube ich weg. Ja. Oder? Ey, scheiße. Wir haben nur noch neu. Na ja, gut. Wir haben Southern Road wahrscheinlich. Geh ich mal davon aus. Mhm. Southern Road, genau. Ja. Naja, dann wieder raus hier. Schade. Kann man über die Fels wieder zurück. Kannst du noch looten? Ja, wir können noch ein bisschen was. Oder? Nö. Das scheint nur Zierke zu sein. Nee, kannst nur looten. Da liegt überall noch was rum. Ja, ein bisschen Muni. Und am Ende könnte er links runter gegangen sein. Dann ist er hinter dem Gebäude, wo ihr reingekommen seid. Ach so. Ach so. Ach, scheiße. Ach, super. Das Ende, ja. Die waren hier draußen auf dem Felsen irgendwo. Oh. Wie sind denn die da rausgekommen? Sag ich mal. Da hinten. Aua. Liegen hier Minen? Ich traue dem Frieden nicht. Ich taste mich mal langsam vorne aus. Nee. Er muss ja... Du bist hier oben jetzt, ja? Auf dem Stein. Wo hat denn er drüber geguckt? Man kann ja bloß hier vorne irgendwo geguckt haben, ne? Hier und die Mauer. Da muss ja hinten noch ein Felsen ein Stück höher geklettert sein. Hier hinten? Hier kommt man noch hoch? Nee, da vorne nicht. Das hätte ich ja. Da hätte ich ihn ja gesehen. Ach so. Das ist so eine geskripte Leiche. Uncool. Komm jetzt von hinten rum bei dem Felsen? Nee. Nichts drunter gefallen. Keine Ausdauer. Ich hänge hier fest. Brauchst du irgendwas? Ich hab noch Stimps bei? Nö, eigentlich nicht. Brauch bloß Ausdauer. Ey, komm ich ja nicht mal raus jetzt? Doch. Ja, Matze sag du. So, wir machen uns raus, ne? Na. Ist hier vielleicht noch vorne irgendwie was runtergefallen? Matze, bist du sicher, dass du ihn hier erschossen hast? Er hat hier irgendwo, ich hab keine Ahnung. Nee, sicher nicht. Nee. Na los Olli, machen wir uns raus. Dann kommen wir noch ein Hotto Hotto und dann. Kannst losgehen. Mhm. Und dann nehme ich die mit. Den Löwen mit. Ich hätte eigentlich auch den Rucksack mit denen können. Achso, jetzt aber los. Alter, ich bin so fett. Oh, jetzt müssen wir uns doch. Ja, ja. Hoch 63 Kilo. Ja, ja. 60 Kilo. Ich glaube, ich muss die doch was wegschmeißen. Willst du einen Mule haben? Kann man die noch droppen? Ja, ja, ja. Das geht. Aber wie lange lüften? Hier, komm her. Ich komme gekrochen. Mann, ich musste mir auch mal wieder Stims mit reinnehmen, das hier auszuhalten. Mein letzter. Was? Aber hast du einen genommen? Olli? Olli? Oh, Olli. Sieht gar nicht gut aus. Olli? Nee, dein Stream ist auch raus. Hörst du mich noch, Matze? Ja, dich höre ich noch. So, okay. Was? Mein Stream? Ey, Olli, komm, komm, komm. Läuft er vielleicht schon? Warte mal, vielleicht. Hier irgendwas. Lauf. Hallo? Olli, komm, 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 komm. Ja, ja. Ich habe ja gerade Serverlock. Scheiße. Nein. Ich muss los. Ja, geh, 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 geh. Hast du einen Stim genommen eigentlich? Ich hatte noch einen Stim, Julia. Und der ist ja jetzt 16 halt dabei. Aber ich glaube nicht, dass ich hier noch reinkomme. Weiß nicht. Scheiße. Wer hat mir eine Glück hast? So was immer kurz. Ich bin tot. Der Hund hat hier noch... Oh, hier noch am Tor gesessen. Oh, da habe ich jetzt nicht mehr drauf geachtet. Möge er verrecken. Der hat draußen am Tor gewartet. Ja, der hat mich auch erschossen. Ich habe nicht... Ich probiere nochmal reinzukommen. Was ist denn das? Ich habe doch auf das Talk-Deck geguckt. Ich habe doch einen erschossen. Oh, da habe ich mich verlesen. Aber Olli, du hast auch... Nee, du hast... Jaja, du hast schon auch eine Schossen. Und warum steht hier jetzt Snow Kids? Vorsorge.